Der künftige Zweitliga-Kader des VfB Stuttgart zum Durchklicken, Bildergalerie VfB Stuttgart, der Kader für die zweite Liga 25 Bilder der VfB Stuttgart muss den Gang in die zweite Liga antreten. Gegen Union Berlin reichten zwei unentschieden nicht für den Klassenerhalt, Sportvorstand Thomas Hitzelsberger hat nun die schwere Aufgabe, den Kader für die zweite Liga zusammenzustellen. Mit Philipp Klemen steht bei den Schwaben bereits der erste Neuzugang zu Buche. Wer kommt, wer geht, wer bleibt. Sport1 verschafft einen Überblick über die momentane Kadersituation des VfB Stuttgart. Let's block it's. Why? Let's block it's. Why?